Ab morgen wird sowieso mit Commander Shepard die halbe Galaxie weggeflirtet. Preload ist schon offen auf PC. Ich hab's mir für PS4 geholt. Weil ich diesmal weiß, dass es zumindest PS4 Pro Support hat und hoffentlich nicht aussieht wie Müll. Ansonsten lebe ich einfach damit. So wichtig ist mir Mass Effect jetzt eigentlich nicht. Oh Mann, ich bin in ein Heap von Trouble jetzt. Was ist das Problem? Oh, ich habe mich überrascht, als ich kuchen war, und so habe ich ein Feuer gemacht. Jetzt muss ich die Kuchen und all meine Geräte. Ich kann nicht die Geräte ohne ein paar Sachen, aber der einzige Ort, wo man so viel Geld finden kann, ist in der Junkheap. Ja, das ist eine Schmerz, all right. Will ich mich für Sie gehen? Ja, sicher? Ich muss ein paar Roboter und sie von ihnen nehmen, so es ist nicht sicher. All the more reason to entrust the task to us. This won't be our first time in the junk heap. Thanks. I really appreciate this. I need one memory alloy. 10x DM Alloys and 10 broken motors. Got all that? Bist du insane, Bruder? Wow, that's a lot. But okay, we'll be back in a while. Damn, okay. Hau raus, Mädchen. Das ist Halt. Aber sonst geht's dem gut, oder? Shit. Die Quests werden in den nächsten Playthrough übernommen, oder? Die muss ich dann nicht nochmal alle neu ansprechen. Oder resetten die. Shades on the coast, the ferryman dead. You've had quite the rough trip. That poor ferryman used to tell me stories of the epic quarrels he had with his wife. He found the whole thing quite amusing. He loved her, though. He loved her with all that he was. I'm still... Ooh, ah. And I'm glad for that. Have you any new information about the key to the Shadow Lords castle? I'm still working on the decryption, but I'm afraid progress has stalled. Loyal Cerberus might refer to a dog, but I've never seen anything that would fit the bill. It must be pretty complicated if even you can't decode it. Well, you're our last hope, so... Please keep trying, okay? I will. By the way, I was walking by your house earlier, and I noticed you had some mail. You might want to check it out. Thanks. I'll do that. Oh, one last thing. Since the ferryman was missing work, I arranged for someone else to handle the job. I'll make sure, they know, to let you use the boat as before. Gotcha. Even without those, we have lost. The world relentlessly continues to turn. Gibt's einen Grund, warum ich manchmal mein Hetz ertrage und manchmal nicht? Ähm. Es ist eigentlich egal, ob ich eins trage oder nicht. Aber wenn ich eins trage, dann möchte ich das Spiel genauer hören, einfach. Weil normalerweise kommt halt der Sound einfach nur auf meiner Soundbar hier vor mir. Aber ja, ich möchte bei Nia gerne hören, wie die Musik und die Sprachausgabe und so ist, weil sie halt einfach echt gut ist. Und da kann man sich schon mal ein Headset für aufsetzen. Offizielle Bekanntmachung. Gemäß Regel 25.656 wird offiziell verkündet, dass der König von Fassad den Beschluss gefasst hat, den Bund der Ehe einzugehen. Bitte richtet alle Einwände und oder Glückwünsche an die offiziellen Kanäle, gemäß Regel 38.585. Hochachtungsvoll, das königliche Büro für Eheschließung. PSL, Leute, ich bin's, der König. Der formelle Kram tut mir leid. Ich werde heiraten und ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Also macht euch auf den Weg. Der König wird verabschiedet. Wie macht das alte Buch gut, um ein Mädchen zu einem Mann zu werden? Ähm, wahrscheinlich nicht eine gute Idee, eine Wettbewerbsinvitation von einem König zu verabschieden. Lass uns zur Fassad gehen. Bis später, Pixasso. Post-Time-Skip-Nia ist definitiv ein Upgrade zu, äh, Jung-Nia. Post-Time-Skip-Nia Ich vergesse die ganze Zeit, wie man da hinkommt, weil ich ein Vollidiot bin. Aber der Weg dahin ist auch so dumm, Alter. Dass du erst hier hoch musst, dann hier rüber, und dann da runter. Was ist das für ein Anlegeort, Alter? Oh da, geht's an. Du, 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 du So sieht das Kaffee-System aus. Ich finde das so weird, dass die Gegner einfach despawn, wenn du mit der Kamera irgendwie einmal um dich herum gehst. Zeit für eine Hochzeit. Sie sagte, sie heiße Akkord und alle so. Zumindest wenn man Dragon Guard 3 gespielt hat. Anwesen des Königs. Welcher Waffenart kämpfe ich am liebsten? Mit dem Speer, definitiv. Liebe den Speer. Der ist so... Er ist schnell und... Er ist schnell und stark. Wir hören, dass deine Bachelorswünsche zu Ende kommen, König. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, mein Prinz, aber wir sind alle stolz, die Identität von deinem Glückwunsch zu wissen. Hold on. Fira? Du bist so schön. Du bist so schön und krank. Ich bin sicher, du bist eine Spendelige König. Ich bin sicher, dass du eine sehr schöne König. Ich bin sicher, dass du das gesehen hast. Wissen Sie, Royalness. Congratulations on your wedding. Okay. Um, I'm sorry Kaine's not here, but... Kekotokununaroh? Ichte shite sawa taite tochi. Hatachata. Yonisere, Yarisatachi. Tutti teesere. Of course. How could we refuse? To think they even have rules governing the timing and water temperature of a bath. What's it to you? You don't even take baths. Kaine? What is the matter? I don't like this. Weddings are festive occasions, you know? Should I even be here? We were invited here by the King, remember? Sure. But what about everybody else? This city isn't like our villages. It's all about the rules here. And since there isn't a specific rule about you, I honestly think they won't give a crap. Yeah. Maybe. Will you at least procure a new set of lingerie for the festivities? Some spring colors, perhaps? Keep talking, book. Oh. What's up? Just having trouble getting to sleep. Something bothering you? No. The opposite, in fact. I'm just so excited about the wedding that I can't settle down. I bet it's gonna have streamers and dancing and bears on unicycles and everything. Damn. I wish I was Fiera. You'll find a nice bride someday, Emile. Huh? Oh, right. A bride. You must be tired indeed if you misunderstood that simple social nicety. Yeah, that's not exactly it. Oh, right. Oh. 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 Oh, that's what you'd like to be. Oh. Oh. Das war. Ich habe mich nicht mehr als ein Kizoto. Ich habe mich nicht mehr als ein Kizoto gegründet. Alter, das ist eine gute Wallpapier hier gerade. Neh. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, damn! 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 Madness... The wolves who attacked were only a fraction of the pack. Now will you fight them all? Oh, damn! And count us in. Oh, damn. They can watch you. I'm not doing it for you, dumbass. It's for Fira. Phyra. Kaine, du kannst nicht mit einem König sprechen. Wenn das tatsächlich der Plan ist, dann lass uns Haste machen. Wir können noch eine andere Tragedie nicht erfordern. Herr Kaine, du kannst nicht mit Schlagn. Zergang, du kannst nicht ein. Kaine, du kannst nicht auszudeben. Obwohl du dir das nicht in der Lage ist. Ach,is das nicht? In mir ging es aus. Ja. Das war's für heute. Zergaon, De! Ander, Zergaon, Yarnitz, Gatsch, Kulto! Kajan, Zestral, Pera! Lohai, Risla, Kankeng, Kakee, Teish, Taes, Wore. Arum, Uki, Eltotchi, Gisan, Teきた. Arum? Uki, Gase, Un, Kuyuri, E. Oste... Kiritachi, Ekukugiris, Agai. Et? Kajam, Yori, Ikki, Otsji, Dekugo. Yura? Kajam, Zest, Z, Oakureta, Shunia. Kouda, Z, Yori, Utae. Kuri, Zergaon, Tatu, Toguda. Rii, Itte, Kutai. Forget it. It's for Fira. Let's move. Firaatkei, Ga! Damn. Hier geht's halt direkt ab mit der Musik. Okay. Okay, nice. Such dogged, unwavering defiance! Why do these beasts own so much rage? The smaller wolves are not infected with Shades. As for the leader... If even one Shade is here, then I have to kill all of them. I'll guard the King. That's what Fearow would want. Indeed. You must worry about protecting more than yourself in this battle. I'm above you! Stay on your guard! Behold. Number one is the Kayzan-Urdo! The Nara-LD is trying to kill. This is the Kayzan-Urdo! The Kayzan-Urdo! The Togans are trying to kill you! Enough! This is the Kayzan-Urdo! Hey, die Faust ist einfach fünfmal so groß wie der Wolf. Die Faust ist einfach so großartig, die Faust ist einfach so großartig, die Faust ist einfach so großartig. Oh, hallo, 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 hallo! Daaaannnnnnn! Durch das Auge, Alter. Oh Gott! Lialis, Te-chi. Ich glaube, dass die Führer sehr glücklich war. Wie ist das? Natürlich. Das ist nicht so, was sie zu sagen? Sie war sehr stolz, Herr König. Und nun, du musst du alles tun, um ihre Erinnerung zu tun. Ah, das ist das Doris Kyoryu. Ich habe die Führer sehr glücklich. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Das ist ein Infernal Wur? Der Geist. Der Geist. Der Geist. Der Geist. Der Geist. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Geht. Wir haben den Geist. Wir lassen ihn nicht. Mal sehen, ob der Geist. Geist. Der Geist. Der Geist. Geist. Der Geist. Der Geist. Der Geist. Der Geist. Hey Terror-Kitty, by the way, danke an Strali für die 50 Euro. Übelst fucking cool. Danke, danke, danke. Oh god. Ah, damit habe ich gerechnet. Oh wow, das ging schneller, als ich dachte. Okay, nice. Ich dachte, das wird jetzt so voll anstrengend, aber das ging doch schneller irgendwie. Naja, was soll's. Ich probiere jetzt bei dem Pfirsich-Eistee von Just Legends nicht gerade. Ich hoffe, er schmeckt dir, weil ich finde ihn echt lecker. Also halt dafür, dass er auch irgendwie nur so gefühlt zwei Kalorien oder so hat, finde ich den komplett in Ordnung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020